Hallo und willkommen bei Hartverrat. In diesem Video das Update des 300 Euro Gaming Computers Juni 2013. Als CPU ein Intel Pentium G 2020 mit 2x2,9 Gigahertz. Der Prozessor verbraucht maximal 55 Watt, hat eine integrierte Grafikeinheit und wird boxed geliefert. Das bedeutet ein CPU-Kühler ist bereits dabei. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich einen Prozessor mit 2x2,9 Gigahertz nehme. Aber der Prozessor ist gar nicht mal so schlecht. Er hat die Ivy Bridge Architektur, die sehr gut zum Zocken ist. Und auch in einem Spiel Wii Crisis 3 bringt er noch genug FPS. Ein spanischer YouTuber hatte zum Beispiel die HD7850 mit dem Pentium G860 kombiniert. Der G860 ist ein klein Tacken schlechter als der G2020. Und er hatte in Crisis 3 auf etwas niedrigeren Einstellungen noch 40 bis 70 FPS. Dann als Mutterbrett ein Icework H61M DGS mit dem Intel H61 Chipsatz. Trotz dass das Mainboard so billig ist, hat man eigentlich eine Ausstattung, die jedem genügen sollte. Es hat einen PCI Express 3.0 Steckplatz für die Grafikkarte. Der PCI Express Anschluss läuft nur unter 3.0, wenn man einen Ivy Bridge Prozessor verbaut. Und der Pentium G2020 ist ein Ivy Bridge Prozessor. Es hat zwei DDR3 RAM Bänke, vier SATA 2 Anschlüsse. Falls ihr noch darüber nachdenkt, eine SSD nachzurüsten, solltet ihr lieber zu einem B75 Mainboard greifen. Es hat außerdem zwei PS2 Anschlüsse für alte Maus und Tastaturen, ein VGA Ausgang, ein DVI Ausgang, sechs USB 2 Anschlüsse, eine LAN Buchse und noch eine Soundkarte mit drei 3,5 mm Klinke Stecker. Als Arbeitsspeicher 4 GB Kingston Valoo RAM DDR3 1330 CL9. DDR3 1333 ist normal, CL9 ist eine gute Latenz. Und 4 GB reicht für jedes Game noch aus, solange man nicht 20.000 Programme im Hintergrund laufen hat. Zum Beispiel Crysis 3 selber zieht an sich nicht mehr als 1,5 GB RAM. Praktischerweise ist das ein einzelnes Modul. Das bedeutet, ihr könnt jederzeit einen zweiten nachrüsten. Als Festplatte eine 500 GB Hitachi Desktop 7K1000. Die Festplatte sollte recht schnell sein, da sie 7200 Umdrehungen hat. Und 500 GB sollten für jeden ausreichen, wenn man Dateien löscht, die man nicht mehr braucht oder Spiele löscht, die man nicht mehr spielt. Dann als Grafikkarte eine 1 GB HES Raiden HD 7770. Sie hat ein recht gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, verbraucht wenig Strom, dadurch sollte sie sich auch leise kühlen lassen. Far Cry 3 gibt's gratis dazu. Und sie sollte auch so grafisch aufwendige Spiele wie Crysis 3 oder Metro Last Light auf mittleren Einstellungen flüssig darstellen können. Dann als Netzteil ein 350 Watt Corsair Vs. 350 Watt reichen locker für den PC aus. Er sollte eigentlich nicht mehr als so 150, 160 Watt verbrauchen. Und bei dem Netzteil kann man auch noch stärkere Grafikkarten aufrüsten, die nur einen PCI-Express-Anschluss benötigen, wie zum Beispiel die GTX 660. Mindfactory schreibt zwar, dass das Netzteil zwei PCI-Express-Anschlüsse hat, doch auf der Corsair-Seite steht was anderes. Und zu guter Letzt als Gehäuse ein Sharkoon VS3S Midi Tower. Ihr könnt natürlich selbst entscheiden, was für ein Gehäuse ihr nehmt, doch ich denke für 20 Euro gibt es kein besseres. Den DVD-Brenner habe ich in dieser Konfiguration weggelassen, da man Geld sparen muss und auch gut ohne auskommen kann. Man kann sich aber natürlich einen dazukaufen. Falls man aber will, kann man sich einen dazukaufen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als zwei Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken. Dieser für dich immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.